Hey, ihr wisst wie es läuft. Ich mache es kurz. Diesmal im Giveaway das Foundation Doppelpack. Und zwar zum Foundation Festival. Voll los. CAG, eine Aurora MR und eine 100i Foundation Festival Skin. Und beides mit LTI. Und das gibt es bei mir. Über YouTube hauptsächlich und über meinen Discord könnt ihr Tickets sammeln. Dieses Package gewinnen. Und zwar in einem Lostopf werden zwei Gewinner ermittelt. Das heißt doppelte Gewinnchance. Ja, ich wünsche euch viel Glück. Und jetzt kommt, ihr wisstet schon, Peter. 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 Hi, ich bin's Peter. Äh, wie ihr schon seht, wir sind mit auf Tour mit dem Mutter Monika. Wie ihr sehen könnt. So, und, äh, mit unserem Mutter Monika. Ich wollte sagen, Giveaway, ne, ist klar. Gux hat es schon gesagt. Ich, ich bin... Ja, das ist doch schön. Wir sind mit unserem Mutter Monika-Verein jetzt auf Tour. Und die Iggy, mit ihrem Offenance-Account, hat uns schwer dabei geholfen. Weil, die hat Awareness, heißt das, glaube ich, Awareness, Awareness erzeugt. Im neuen Deutsch. Awareness erzeugt. Und, die Leute gehen ab wie Schmitz Katze. Weil die hat nämlich so Mutter Monika-Tricks drauf. Auf der Bühne, nackt. Macht die Sachen, weil die muss dafür nackt sein. Also, teilnackt. Deswegen heißt er teilnackt. Heißt er deswegen teilnackt? Teilakt. Wenn man in Teil nackt ist. Teil. Und dann hat einer das End vergessen beim Schreiben. Vielleicht jemand mit einer Schreibschwäche. Egal. Auf jeden Fall machen wir, haben wir jetzt ein Bühnenprogramm. Auch mit Offenance. Dank von Iggy. Also, Iggeborg. Mein Schätzchen. So. Wo wolle ich stehen? Erstmal. Hallo, ich bin der Beta. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Ich wollte Ihnen eigener Sache nochmal sagen. Wir sind jetzt auf Tour. Mit unserem Mutter Monika-Verein. Wir haben. Gut, wir sind jetzt nur drei Mitglieder. Das ist die Iggy. Das ist der Manfred. Und das bin ich. Obwohl, der Manfred, der fährt eigentlich nur den Tourbus. Und jetzt fahren wir, machen wir eine Tour. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen nach Oldenburg. Wir kommen nach Hamm. Wir kommen nach Bremen. Südstadt. Wir kommen nach Oberhausen. Bottrop. Oberhausen. Bottrop. Essen. Dortmund. Bottrop. Weil wir haben, der Bürgermeister, der fand, der will uns von Bottrop. Der hat uns gesagt, komm, die Halle ist leer. Und die stinkt. Da will keiner rein. Wollt ihr nicht da rein. Und dann haben wir gesagt, gut. Dann sind wir in Kastrop. Roxel. Und wir kommen nach. Jetzt lass mich überlegen. Bottrop. Dann ist unsere erste Deutschland-Tournee. Die machen wir nächste Woche. Wir spielen die ganze, wir alles in zwei Tagen. Mit zwei Tagen mit dem Bus. Eigentlich immer. An einem Tag machen wir dreimal Bottrop. In Bottrop Hamm. Bottrop. Oldenburg. Bottrop. So. Ja. Geht nicht anders. Leider. Und wir erhoffen uns, dass wir da ordentlich, wegen den Offline-Nance-Fans. Offline-Nance-Fans von der Iggy. So. Mundharmonikaklub. Wir suchen noch Mitspieler. Und zwar machen wir Schallmayen aus dem eher ausgehenden 17. Jahrhundert. Haben wir uns jetzt festgelegt. Brauchen wir, äh, brauchen wir noch ein Liedgut. Altes Liedgut. Mundharmonikakliedgut aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert. Haben wir schon festgestellt, ist schwer, dann zu kommen. Ähm. Machen wir, haben wir überlegt, dass wir vielleicht noch was Modernes dabei nehmen. Äh. Äh, hier von Jürgen Drehz. Wir machen, wir machen Best of Jürgen Drehz. Nehmen wir auch mit auf. Komplett. Auf Mundharmonika. Dreistimmig. Äh. Manfred lernt noch. Deswegen erstmal zweistimmig. Iggy und ich sind ja quasi jetzt, wir haben ja einen Lehrerschein gemacht für Mundharmonika. Also, äh. Da war so ein Typ in der Fußgängerzone. Egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt der Ding. Und ich wünsche euch viel Spaß beim, äh, ich hoffe ihr macht, ich könnt hier Karten kaufen. Ich blende das vielleicht unten ein. Können wir das nicht einblenden? Oh, ja. Ich mach das gut. Ich bin der Peter, ich bin raus. Das war unser Top-Hit. Schon mal vorab. Ich bin der Peter, ich bin der Peter, ich bin der Peter. Ich bin der Peter, ich bin der Peter.